Hallo, ich grüße dich auf Glück ist eine Entscheidung, der YouTube-Kanal, der genauso heißt wie mein Buch. Glück ist eine Entscheidung. Ja, und du kennst das vielleicht auch, du bist in einem Seminar, in einem Workshop, auf einem Vortrag, jemand hält eine Rede oder es wird etwas präsentiert und du denkst dir, oh Mann, ist das langweilig, wie komme ich hier bloß schnell wieder weg? Ja, oder aber du weißt gar nicht genau, worum es in diesem Inhalt wirklich, wirklich geht und du kannst dir das auch gar nicht merken, was da so präsentiert wird. Kennst du das auch? Ja, wie wäre es, wenn es so das eine oder andere Rezept dafür gäbe, dass dir das mit Sicherheit nicht passiert und zwar bei deinem Seminar, bei deinem Workshop, bei deinem Vortrag, wenn du eine Rede hältst oder wenn du etwas zu präsentieren hast, dass dir das nicht passiert, sondern dass deine Teilnehmer am besten die ganze Zeit, während der gesamten Zeit aufmerksam sind, ihr Freude und Spaß habt und die Teilnehmer sich das auch am Ende noch alles am besten merken können. Ja, falls das spannend und interessant für dich klingt, dann lade ich dich ein zu meinem Workshop Du hast etwas zu sagen. Mein Name ist Jens Faber-Neuling und auf diesem Workshop Du hast etwas zu sagen, da zeige ich dir genau diese Rezepte, also diese Art und Weise, was es heißt, dass die Teilnehmer bei dir sind und die Aufmerksamkeit sehr, sehr auch immer offen ist. Und vor alledem, wir werden das gemeinsam alles zusammen erarbeiten, in vier Stunden, in vier intensiven Stunden im Workshop Du hast etwas zu sagen. Seit nur mal 32 Jahren fast, befasse ich mich schon sehr, sehr ausführlich mit dem Mensch, also mit Menschsein, mit Lebensprinzipien, Lebensphilosophien, ganzheitliche Kommunikation, Psychologie und was alles so dazugehört, dieser ganze Komplex dazugehört, wie wir Menschen, in welchen Situationen, wie, ich sag mal, funktionieren und was halt funktioniert und was halt nicht funktioniert. Und das, was funktioniert, das gebe ich dir auf unserem Workshop Du hast etwas zu sagen, einfach mit, dass du es selber auch für dich anwenden kannst. Ja, findest du spannend? Melde dich an, schau auf der Internetseite jensfarberneuling.de, zusammengeschrieben und oder auf ggustavidaremil-institut.de, schau auf Termine, wann ist der Workshop und schau, wo das ist und dann melde dich an und wenn du noch Fragen hast, dann frage bitte und wenn dir das Video gefällt, like es bitte, abonnier den Kanal, wenn du ihn noch nicht abonniert hast und reiche auch das Video weiter für Menschen, die das vielleicht auch interessiert und dann freue ich mich auf dich. Also, bis dahin, lass es dir gut ergehen. Dein Jens Farberneuling. Tschüss.